Ja, da sind wir jetzt bei Mission Nummer 2, oder besser gesagt Kapitel Nummer 2, bei kostbarer Fracht mit Farah Karim, Waffenfreigabe, ja, bleibt dran, schaut zu und vergesst nicht ein Abo und ein Like da zu lassen. Wir wollen ja jetzt mal die Mission Nummer 2 machen und gleich geht's los. Wiederhole, Truppen ungeschützt werden aus mehreren Richtungen beschossen. Verstanden, bleibt wo ihr seid. Shadow 1 an Kilo, bitte komm. Kilo, wahren wir zu müssen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ey. Das war eine Falle. Dina ist tot. Das ist Conny, die sind überall, Commander. Die Raketen, sie wollen die Raketen. Ist sie wirklich dort? Die scheint wirklich, ähm, wie es verdammt. Oh, das scheint mir so eine etwas offenere Mission zu sein. Können wir den vielleicht Schaffen hoch hier? Ich hatte niemand gefunden, Kollege. Glaub nicht, dass sie wissen, wo du bist. Wo muss ich denn hin? Oh, ich hasse sowas. Ich bin am Container. Bestätigt. Die Anweserung gibt ja einen Vorteil, aber da ist noch eine Conny-Armee zwischen dir und den Raketen. Ich lasse nicht zu, dass Conny diese Raketen stiehlt. Und keinem Preis. Wir brauchen einen Notfallplan. Verbander auf meinem Schiffse GPS-Sender. Bringen sie an den Raketen an, dann verlieren wir sie nicht. Ich muss noch die Container finden. Dina würde wissen, wo sie sind. Die Frachtlisten sollten ein Büro der Hafenmeisterei sein. Besser ist es, ja. Bestätigt. Verstanden. Dann machen wir die auf Einzelfeuer. Nee, die auf Einzelfeuer, weil das ist ja... Machen wir beide auf Einzelfeuer. Jetzt müssen wir hier irgendwie rumsneaken, ne? Da ist noch ein Container. Das finde ich jetzt nicht nice. Alter. Nicht genug Platz. Okay, dann, ähm... Was kann das Ding? Jetzt habe ich die Feinde markiert. Sind da noch mehr Feinde, oder... Sind das alle gewesen? Ja, ist noch einer. So. Und jetzt sollte ich eigentlich ohne Problems gehen... Raketen dürfen nicht verschwinden. Wir brauchen die Frachtliste und die Sender. ...da durchglitschen. Zack. Ich kann nicht hier wieder... ...ne Drohne einsetzen. Genau wie du. Die Sprengstoffdrohne. Sätze Bondendrohne ein. Hey. Conny, komm für die Fahrer. Jetzt ist die Frage, war das jetzt richtig oder falsch? Wäre ich das Fahrzeug lieber zerstört, oder... Sie suchen nach dir. Bleib wohl noch fertig. Natürlich suchen wir sie nach mir. Dein Schiff ist noch angedockt. Siehst du welche von meinen Leuten? Negativ. Nicht das, was ich hören wollte. Das ist die Frage aller Fragen. Ich könnte jetzt hier zack, zack, zack. Ich glaube, du bist aufgeflogen. Egal, wenn wir alle platt, komm. Kollege, wir sind Special Unit Schwabe-Ländle. Doch, wir kommen da hoch, komm, zack. Hoppla hopp. Ich bin auf dem Schiff. Die Sender sollten im Kontrollraum auf der Brücke sein. Wo sind die ganzen Bösen? Feindliche Verstärkung kommt. Alter. Verrecke. Geh zur Brücke. Sieh im Kontrollraum nach den Senders. Lade nach. Magazin, Magazin. Oh. Oh. Kurva. Wir haben es eilig aus dem Weg. Oh. Was ist das denn? Platte? Ah. Das ist mit Platten, Platten. Guck mal, hier. Ein Geschütz. Ja, hallo, Baby. Guck, guck. Kann ich nicht platzieren? Was? Was? Das fand ich jetzt nicht cool. Habe die Sender. Sehr gut. Jetzt geht zum Zorn. Das wurde Blatt. Oh, nein. Hau ab. Digga. Ich war hier gerade am Platten, Platten, du Platten-Typ, du. Geierkopf. Das fand ich jetzt nicht nett, ey. So, wo soll ich jetzt hin? Was soll ich machen? Hä? Okay, das ist das Klo. Tony ist auf der Jagd. Lass da draußen auf dich auf. Wo soll ich denn hin? Roll ich mal? Oh, das ist mir hart. Oh, die Leute. Such nicht blind nach den Containern. Finde die Liste. Feindliche Schüsse. Ich weiß halt echt nicht, was jetzt hier tatsächlich mein Job ist. Oh, je. Auf jeden Fall sollte ich nicht sterben. Das ist eins, was klar ist. Irgendwas mit Container. Liste, Container. Container, Liste. Sollte ich doch hier hin? Also, ich gehe jetzt nochmal da rein. Ich kann mir jetzt nicht denken, dass ich weiter hierbleiben muss. Ich würde jetzt einfach weitergehen. Los jetzt, hol dir die Liste, bevor Conny es tut. Schwupp. Ja, geil. In der Mission, Abfahrt machen wir. Ja, schwuppdiwupp. Lade nach. Ja. Panzerplatten habe ich genug. Aber ich kann hier noch eine dritte. Ja. Da habe ich schon wieder einen Granatenwerfer. Nähere mich dem Turn. So, Kollege, lass mich hier rein, da. Tür klemmt. Scheiße. Äh. Conny JL, TV-Meinlaufgebiet. Achtung, Conny ist in Alarmbereitschaft. Sie kommen zu dir. Nein. Boah, ich musste nachladen. Turm. Oh, der Hafenmeistererei ist jetzt feinig. Sie danach. Halt, hatte ich jetzt Glück. Mehr Lack als Verstand, ey. Boah. 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 Oh, da ist noch einer. Hey, die Witzka, ey. Ohne Witz. Das war jetzt echt. Oh, komm. Ich lade doch gerade nach. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh, Kollege. Ich weiß schon, warum ich ständig bei Warzone und so draufgehe. Weil ich einfach schlecht bin. Ich schrebe, ich schrebe. Ich schrebe, ich schrebe. sind marschflugkörper üblicherweise nötig komm stell hin der ding nein die ist verklemmt jo check Ist tot Platten immer geil Kollege ist schon vorbei die wissen doch ganz genau dass ich hier bin Zweiter stock suche nach der liste im büro Für das ist auch ein klo ja auch damen brauchen meine pause Hier ist es schon mal nicht Seid unauffällig Oh nein die wollte ich nicht Mach mal so Kollege Überprüft die Kräne vielleicht laden die gerade einen der anderen Container Ich schaue oben und unten nach und finde bei der Kilo an 3 1 wie ist dein Status Wir halten sie auf aber sie haben Verstärkung auf dem Weg zu dir Ich kümmere mich um sie Halt die Stellung Alex ich brauche dich am Leben Wichtig auch Kilo Ecke Ende So Jetzt gehen wir mal hoch jetzt muss ich wohin einmal nach links und einmal nach rechts oder das hat schon was irgendwie alles ist schon geiles stück hier was ihr abgeht hallo auch nicht weg kollege wo bist du ich weiß sie haben wahrscheinlich extrem viel verstärkung geholt ist mir auch vollkommen jacke ist markiert oh fuck halt ich hab doch noch hier dings ich hab doch noch war da rum Ich bringe doch nix. Alter, ist das ein... Also dieses Sneaky, das gefällt mir überhaupt nicht, sag ich ganz ehrlich. Oh, komm. Geh drauf. Jetzt nicht ich, sondern die. Wo ist der? Da oben, ne? Da unten ist auch noch einer. Jetzt gehen wir erstmal wieder hoch. Ja, was soll ich denn machen, Kollege? Ich bin halt, äh, auffällig. Ich bin halt ne auffällige Geheimagentin. Da oben, ach, da hängt er. Wo ist noch einer? Hä, was? Wo? Hä? Hä? Er lebt noch, oder was? Jejejejejei. Wo ist dieser Container? Bring schnellstens einen Sender am Raketencontainer an, Kilo. Das ist kein Raketencontainer. Ach, der ist da oben. Mh. 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 Ah, heieiei. Gesundheit, danke. Ah. Die Aufregung hat mein Blutregel erhöht. In der Stationen. Das ist okay. Komm her. Roger. Unterwegs zu dir. Sabine, Jadina. Racheleon, Jidfautumen. Bordek. Kommande? Kommande? Unsere Raketen dienten der Abschreckung. Frieden durch Stärke. Krieg findet immer einen Weg zurück hierher. Er war nie weg. Russland will dieses Land. Sie kriegen es nicht. Und jetzt? Verfolge ich die Container. Ich begleite dich. Nein. Kümmere dich um die Toten und alarmiere die Truppen. Russland ist zurück in Ursykstan. Shadow Company ist mitverwickelt. Sie wollen sich ja auch mitmischen. Stimmt. Ich muss dringend jemanden kontaktieren. Schnell, wir sind wieder verdient. Sie ist eine Tatang für uns. Es tut die Tatang für uns. Das Handeln ist eine Teil für uns. Das ist wichtig, und das ist ein ICH. WDR, wir sind wieder verdient. Wir haben wieder, Tögen! Und der Erfolg heute verdienen Zuspruch. Die Antworten. Die Antworten. Andrei. Du hast deine Selbstständigkeit gezeigt. Jetzt bist du. Meine righte Hand. Danke, kommentarer. Meine Mietstreiter. Ich war nicht hier, aber ich war alle Zeit bei euch. Der Feind hat neue Macht an sich gerießen. Die ULF-Stahl wieder die Kontrolle in Urzikstan. Die Zeit ist gekommen. Und wir werden ihnen die Bedeutung wahrer Macht zeigen. In diesem Kampf geht es um Wahrnehmung. Eine Lüge fliegt, doch die Wahrheit kriecht daher. Kontrolliere, was Menschen glauben, und du kontrollierst die Welt. Das ist unsere Waffe. Und nutzen werden wir sie. Für russische Ehre. Für Russland. Das wahre Russland. Der Westen lebt Entscheidungen. Er hat nur eine Wahl. Er muss tun, was wir wollen. Jede Sekunde zählt. Jede Sekunde zählt. Conny hat doch eigene Raketen. Was will Makarov mit diesen? Finden wir's raus. Ich verfolge sie. Sobald ich etwas weiß, greifen wir ein. Du sagtest mehrere Fronten, Laswell. Gib uns ein Ziel. Conny nähert sich in diesem Moment einem Atomkraftwerk in Urzikstan. Ist es noch aktiv? Nicht mehr seit dem Sieg der ULF über Barkov. Was ist Standort? E4, sobald ihr könnt. Roger. Du wirst und ich sehen uns rum. Sobron Gas sichert den Perimeter. Wenn Makarov Nuklearwaffen will, müssen wir ihn stoppen. Verstanden. Dann legen wir mal los. Bravo. Und das war's jetzt auch schon mit Mission Nummer 2. Und ja, was soll ich sagen? Schaltet morgen wieder ein. Schaut euch die anderen Sachen an. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und immer daran denken, nichts kann zu kacke sein, wie ich bei Head It Lose. Das war's jetzt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020